eine kleine pause gemacht und dass mir eingefallen ich blöd man aber den ganzen stoffe geklatscht ich hätte doch wende herstellen können die links bluten ich sag's dir meine güte 1 das zum betreffen an der dankstelle alles nehmen so ist alles noch so wie sein soll so gut ja zeichen stoffen durch weggeklatschen noch mal nein und schon 105 und klopft aber du hast du bei drei mal noch mal probleme ja ja und flintenteile nur gut freut man mal schon wieder heilkarten noch verkaufen ja dass das essen passt es jetzt nicht über ist der tod gewesen da haben wir das ganze das schöne war nichts zum reparieren das ist ja sorgenhaft und die wo altes bar modern ab 6 auch doch kein schwein mehr einmal kleber nehmen wir doch noch welche zeitung wenn hier auch gleich zack aber auch hier hier den kannst du auch gleich noch mal den kannst du rausschmeißen was haben wir hier tollwerkzeugteile aha dann können wir langsam mal die rutsche bauen wir haben sie mir natürlich zu hauen war ja klar das haben wir noch ein bisschen dann tust du mir gefallen mach das mal so ja hätte ich mir als den stoff lieber ein paar verbände gemacht und spätsel wegzuschmeißen längst eine glühlung stoppen kannst du hier gleich mal und das war natürlich nicht 1 so hier rezepte verbann genau so dann machst du den wenigstens da hin wenn wir es auch schon nicht haben warum das jetzt alles doppelt hier ist weiß ich auch nicht warte noch mehr warte na ist klar ja nur freilich wird noch 30 dann eingestuft ne 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 nicht mit mir nicht mit der commander junge 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 ich weiß nicht warum die manchmal meine richtung fliegen Hm. wir haben sind dann eingestoppt in die klo ist das war doch bestimmt jetzt überfüllt hier drin ein buch aber nichts gelernt ja eine 6 9 mm immer noch ja drei chancen haben wir ja noch du bist immer noch eine 6 schuldig nichts sammeln wir aktuell nix na gut die quest ist natürlich auch mal jetzt noch mal so jetzt auch gleich jetzt muss immer durchgelaufen wenn sie ein kleister nach mir drin immer stimmt doch da nicht ich höre doch jemanden da will ja ist denn du auf dem dach oder was noch mal langsam da ist wieder keine eisdauer da haut er ja irgendwo davor hier warst alleine nach zementen mitnehmen auch noch nicht hier den kannst du verlegen den kannst du flüssiger machen wenn das jetzt noch ein paar noch gewesen wären die hätten noch angefangen zu rennen na holl mussten mal jetzt halt jetzt ist wieder noch nicht voll das ist ja gleich nacht wir haben dass wir die quests vorher noch fertig kriegen aber was heißt die quests wir haben da gar keine mehr Mensch nur den loot was der durchschnee eben nicht doch mal schnell zum motorrad unser enduro aha das ist ja auch voll motoren verkaufe ich das ist also jetzt kannst du den stoff wegschmalen wir haben ja einen verbinder schmal so dann machst du hier nochmal füllinger alles hineingegangen willst du mich jetzt aber nicht waren tausend siebzig prozent dann gerade mal blauwer kuchen ja da sind wir schon wieder voll wollte ich nur mal so angemerkt haben aber hier das ganze essen weil ein bisschen hoher heißt die ja das ganze ja wegkageln wir haben doch schon in zwei ja aber natürlich hier auch schon wieder voll das ganze das ganze ja komm Wasser nicht nehmen hier dann es das es das wenigstens noch dann nimmt die noch mit ja schön was machen wir jetzt wieder also lehm haben wir genug jetzt noch noch mal weiter und die büx die büx brauchen wir aber manchmal ach da schmeißt die elf kohle weg mensch was will ich denn anders machen mach ja noch leer jetzt sehe ich was oben drauf ja da hinten drin drin brauchen wir für Cement da war nix hm hast nicht so weggemessen nice meh na jetzt müssen wir noch mehr Loot ach du Sand was machen wir denn jetzt kann ich jetzt nicht die ganzen Motoren weghauen kann man die zerlegen ja was gibt es denn da na Motorteil hm ich höre da draußen schon noch jemanden gibt es auch ja die kann man jetzt zerlege ich tatsächlich die Motoren nur weil äh ne Entschuldigung hm ja aha haben wir schon da welche die Mülsen da kommen die ganze die können wir uns machen hm hm da wirst du bekloppt da wirst du einfach bekloppt hier dann schmeißt das wenigstens weg da kann man auch ein kohle bisschen bisschen Geld brauchen wir die haben wir eigentlich noch 3 und unter 5 ganz noch ganz noch weit na na hm dann so ein das kann man ja so verarmt ich würde gerne raus tun mit pflaster steine eigentlich auch noch motor opfern ob ich lieber so einen roten tee rothnik aber nichts gekriegt da kannst du den jetzt wieder lösen wo ist das wieder 43 56 aber nur das eine da ist schon nächstes was anderes drin also die zwei pressen ja nicht rein die zwei peisen ja nicht in 1 waren sie wieder unsere drei probleme kuchen jetzt essen wir ja quatsch wenn es nicht wie man gespollt was jetzt hier noch drin ist erstmal hier verbessert die fertigkeit zur fertigung von handfeuerwaffen pistole freigeschaltet qualität drei haben auch schon die vier so jetzt tust du das noch mal darüber dass hier rein und dann guckst du das ding immer unter kriegst hier haben wir schon drin verdammt das ziel mit rein gut aber doch schon mal weg da haben wir noch platz dann gibt es gott sei dank nur ein buch drin ernte werkzeuge nix nehmen sie das wieder mit gleich runter tun wegen verkaufen das ganze weiß ich nicht lassen da jetzt besser gewöhnliche wunden zu verursachen das weiß man für die marie wo ich hier zum fleisch abbauen nehmen empfrierte klinge was machten die bei dem block schaden um zehn prozent und verringert die abnutzung um 15 prozent eindeutig das freut sich die mal wirklich nehmen sollte so viel abnutzten können die sich ja nicht wenn ich immer damit eine obbauer und die schlacht macht damit jetzt kein sport ist so richtig ich weiß eigentlich jetzt werden wir hier fertig die tür nicht zu wenn es dir einfach wenn es dir einfach ach ja mit dem motorrad kann man dann ja ist ja gut kopf lässt sich da oder körperflicht weg heißt es gesehen da kommen wir noch anderen gibt sich zweimal kann das sein wenn ich mich doppelt jetzt spielen klungen da lebt mit zwei kreuzer erlebt immer noch das wird eine ganze oder die ganze orte ja so viele plätze gar nichts kommt ab mal jemand war noch schon noch bänzen drin was man nicht mehr unterkriegen ist wir müssen heim wir müssen erstmal die kleine stelle hier vorne die kleine stelle und fährst du drüber drinnen hast du da umweg oder willst du zur straße bleiben stehe du willst du zur straße bleiben aha was wie ich du fährst hier davor ist jetzt nicht dein ernst ach ich wollte es nicht vor den traktor fahren ok so ab hoch wo haben sie doch die ganze zäune schon fast weg kommt und sie du musst nicht immer äh so so da da wäre gut du musst hier mit rein ich hebe mir die mal auf für gute teilen dann machst du den tee hier noch mit rein da gibt es doch schon was voll da gar nicht naja jetzt haben wir kaum noch was zu essen wir brauchen Kartoffeln haben wir Mais haben wir Fleisch haben wir Wasser brauchen wir Wasser kaufen wir gleich wieder ab die drei stück die drei stück hoff ich mach das mal hier so übereinander und dort auch hier dann nimmst du hier so eine Schmerztablette mit aber am besten gleich zwei und hier Verbände mach es da noch mal voll wenn wir so erreichen das ist fürs Knie so Munition müssen wir rauspacken Entschuldigung Munition hier und die bin mal gespannt wenn ich da nicht mehr eine kriege so dann ein Motor brauchen wir noch den anderen tust du verklappen so das kannst du alles verkaufen bis auf das hier und das hier und das hier Motorenwerkzeugteile um die Ketten sicher und so ne dann tust du die mal hier mit ne da nicht mit rein hier mit nein so dann kannst du die aber auch verkaufen die kannst du verkaufen obwohl ne da von jedem eins so 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 das bleibt da nein mach es mal da hin und drück einfach mal so siehste so wir könnten uns schon einen neuen Baseballschläger bauen ne eigentlich so das kann alles verkauft werden das kommt nach vorne rein vorne rein schmiede gut dann kannst du hier mal so hm hm nicht wegschmeißen 5 kohlen solltest du rein tun und nicht daneben schmeißen so so aber Messing ja auch schon reichlich so das muss noch hier rein das kommt vorn rein ähm ne das haben wir da weißt du auch nicht für was so verkaufen 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 was da kannst du dir noch 14 Lampen verkaufen ja so so was machst du eigentlich hier drüben habe ich dich mit absicht da reingetäunen wegen Auto dann müssen die aber darüber so hier haben wir noch eine 6 haben wir ja schon eine was ist denn die wert ist denn nämlich die nicht äh als ersatz wieso habe ich denn da die hässliche 3er genommen ne falsche Gäste und hier die ersatzwerkzeuge nein die kannst du erstmal zerlegen dann gehört nämlich Platzmangel hier drin und der Holzklotze schnell nachgebaut so na gut dann schnell nochmal hier vorne hin dann müssen wir nochmal runter das Moped leer machen dann können wir mal gucken so das Motorrad habe ich gebraucht da klebe man ja hier nicht eins gefunden ne und für den Lenker brauche ich ja noch halt nicht ein nicht ein klebeband gefunden ne kleber höchstens ja zwei stück bb na ist unten im Motorrad drin manchmal klappt es da läuft es dran vorbei manchmal hüpft es einfach raus nehmen wir mit hier was da drinnen ist da ist die Quest voll in die Hose gegangen korrekt so dann kannst du den noch mit verkaufen so die kannst du verkaufen zwei dreier Batterien kannst du einen also wie viel heißt der einen 244 und der hier 40 ist egal da fehlt uns quasi noch eine 4 eigentlich können wir ja alles extra sammeln aber das reicht auch schon für eine Nacht hier wir finden ja eh nochmal welche so hier ist nochmal ein Kleber für ein Klebebund da haben wir ja gleich her da haben wir ja gleich her da ist ja nein falsche Kiste mein Freund kommt neben das Ami Klebebund ne das ist ja Stoff Militärstoff meine ich da hast du jetzt die Häuze hergeholt hä so verkaufen 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 ja 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 alles richtig da hast du jetzt hier hergeholt achso ja stimmt die da rausgeschmissen hast ja so da schmelzt noch schön wenn ich die Batterie einschmelze gibt es eh nur Blei so haben wir alles du bist fertig kann man alles machen gut gut jung dann Fleisch Kartoffeln Mais was war es noch was war es noch war es Ei ne Ei war es nicht Wasser war es Wasser war es noch ne oder täusche mich doch jetzt da täusche ich mich Kartoffeln ne Kartoffeln haben wir noch ach hier fällt man was ja noch irgendwas fehlte noch hier ist es deswegen habe ich das eigentlich immer alles in eine Richtung in einer Reihe liegen so kommen wir bald noch mal 1 2 3 Beete bauen so hier ne ne wird doch kein Bruch Bruchssand essen so dann mach das mal da brauchst du 24 Minuten also 25 Minuten sollten reichen jetzt haben wir 26 drin naja kann ich mich nicht ändern so und das war was der Mais alle war ne deswegen konnte man nicht mehr machen weil es war da ja deswegen habe ich das immer lieber so schniegen so und der Mais war ja ein Glück das Fleisch nicht schlecht wird das wäre ja noch der Horror so bisschen Munihama jawohl wie spät ist es 2 über 3 also können wir nochmal schnell dahinduckern den Rest holen obwohl da nicht mehr viel war aber die Autos ne die Autos ja komm mal hier lang komm mal hier komm mal hier hier bin ich hier oh tja tja du musst ja nicht immer jedes mal jedem folgen wenn er sagt komm hierher die Sprit haben wir noch was über 60% wo muss man da jetzt oder lang da wird anders drum da wird anders drum da wird anders drum fährst du immer immer ne da muss der einmal kurz über den großen Parkplatz heizen ein bisschen schwerfällig wenn er langsam wird ja schon richtig wo kann man da was raus ne komm mal hier raus hm ja nicht so eures ne doch hier ja 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 hier das große kino hier ne wo war das hier war doch glaube ich war doch hier Autokino Entschuldigung ich muss den vorschlagen loswerden ich muss den vorschlagen ja ist richtig hier nee hier bist du falsch musst du sonst grüne nee lass uns hauen ne ne war das gar nicht so weit weg vom reck blöd mein hättest du mir ruhig mal helfen können vor siehst du dir oben so aufs körper und neben dir zeit schläfst du schon ein reichei und du darfst mal rausgehen und legst du dich hin so hat man schon hier geht es noch mal zur sache glaube ich jetzt hat es mal geklappt sonst sitzen sie da und da kannst du vor die wandern die woche einfach nicht auf kommt der jetzt mit einmal wieder her naja naja na ja jetzt erstmal nach ins knie geschossen da wollte er trotzdem noch aufstehen zwei schöne die drücke da gibt es doch eine stelle nicht mitnehmen da gibt es kein sprit gibt es kein prima sprit da wirklich die tausenden eingezuckelt steht schon wir werden jetzt hier noch die zeit verbringen bis direkt aufmacht naja man auch nicht alles mitgenommen ja den container weiß da nicht was noch drin gesteckt also verkommelt hier hinten noch freilich mal reinkommen kannst du nicht hier alles kaputt mind war mal da ging es noch hafter das richtig gesehen oh gott was denn da oben ist er los und geiler ohne die geht es ja nicht hier oben wo sei der hat es aber auch gemütlich gemacht hier oben ausblick hat er auch gehabt so ein bisschen ist es bei der Inventage oder voll körperskern brauchen wir hier schon wieder zwei auf der drehliste zwei haben wir noch zwei können wir verkloppen hier den kannst du zerlegen Stahl und hier gibt es doch bestimmt auch Stahl es sind doch keine Holzstühle hier was ist da so was hast du hier Sand ... drauf Nö Ach da oben schern noch eine Tasche hu 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 supi machen wir dann hier waren wir überall nein hat er nicht mitgenommen so hier hat man alles raus geholt ne also hier wäre eigentlich das Blei interessant gewesen wenn überhaupt liegen und ganz weg was hast jetzt alles mitgenommen da hinten waren die dinger da ging es raus da ging es noch mal darüber und in den container und scheiß in den 1 und den kannst du ich wollte sich jetzt so ersetzen auch sein buch sein buch sein buch sein ja ich meine wüste das ist auch sonst ja nach mir einfach mit wenn es mitnimmst das war zement übrigens wir wollen ich wo kommt man da irgendwie rein was sind da drin und mich ja mal interessieren man kann nicht reingucken doch nicht da was anderes drin eventuell hier liegt schon mal jemand was ist denn du noch hinten drin was denn jetzt ich helfe dir mal du hast du ein bisschen ist nur katzenfutter immer rein damit man kommt jetzt hier auch nicht ich weiß nicht noch mal wiederholen 9 mm aber nee das ist mir nicht gegönnt das tierfett kann man schon mal mitnehmen das ding kannst du zerlegen das tierfett muss mit das tierfett muss mit dann zerlegt hier die 8 pedern so und dann war es ja hier schon wieder alles also gab es ja doch nicht mehr auch so viel also wenn die all die fahrzeuge zum looten äh zum abbauen meine ich aber wir sind ja schon wieder wir fahren jetzt erst mal gleich zum rekt ich meine ich kann ja mal kurz was ins moped stoppen in unseren dürren wie zum beispiel sprit nehmt halt mit nehmt halt einfach mit öl wir fahren schon dille in unserem leben ist nicht unbedingt aber hier irgendwas stoppen wo ich muss dann ein hauptsache das platz muss reichen aber exos der kleine blaue klein bus der braune geländewagen ein schild drin ne einfach abgestellt oder was ich weiß nicht schon oder fährt kurze eisenrohre warum das denn hier dann klatscht doch den blöden stoff da jetzt raus ja der kann ruhig alles da das war also eine patrie dabei das motor ja gut das bringt nichts kommt da mäßigen bei raus nach stoff jetzt weglegen stoffelzen batterie stoffelzen stoffelzen gut alles andere nehmen wir mit stoffelzen raubenfelder also jetzt haben wir eine 4er batterie eine 3er haben wir zu hause eine 2er haben wir die andere können wir verkaufen so ne bisschen sprit haben wir wenigstens sprit sprit haben wir die ganzen motoren die kannst du weiß ich warum bei mir so auf motoren raus kommen andere suchen sich vergebens nein 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 ich meinte das motor hat er gemacht hat er da richtig arbeit geleistet sieht da richtig im feier richtig gut aus wo es eigentlich ein nun vm also mod ist aber wie gesagt ist alles möglich so äh hier geht's zum ne falsche richtung andere seite müssen wir glaube ich ne wir waren hier lang wir kamen von hier also müssen wir auch hier lang da ist der saloon wenn wir zu ist das das ist der wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist schwarze hallo endlich na ja ich weiß ich habe es gesehen gehört man so eine quest kannst du dir in der schmieren nichts als geklappt aber ich krieg so auch meine kohle wie sie ist jetzt ist nämlich dass er genug motoren ist oder keine mehr ja ganz alles haben ja wenn ich jetzt noch zwei aber drei verkaufen die behalten wir die behalten wir jetzt mit dem eismeel aus hier nimm hier nimm du hast du eh nix aus hier um ihre retour geht es haben oder karmus ein wasser für 2 2 spiele die stahl könnte ich ein paar mitnehmen oder zehn stück nur für den fall das heißt mir noch am angebot elektronik im fall nacht hörscher party sollte man ein bisschen zu spät kommen dafür geschlafenen opfern nachts schleich angriffen nützt mir nix auch ich nicht weil haben wir schon so druckplatten allemaliger schrotflinten geschützt um 7500 habe ich nun leider nicht mehr ja da kannst du es trotzdem ja noch mal in der aufgabe geben abholen säubern ich will noch mal befallen haben ich will noch mal befallen haben ja aber vorher muss ja noch mal hemer klatsch noch mal hemer und leermachen und sagen die richtung holbein hier musste gleich darüber heizen ist zwar nicht so schlimm wie mit dem fahrrad die prozent hat das überhaupt noch was bei 40 langsam immer schlägen hier auf der straße rum denkst du an den traktor ja schön heute nimm mit was noch drin ist bis auf den sprit den kannst du eigentlich drinnen lassen jeden sprit gut jetzt freilich wieder runter war ich jetzt auf die uge guckt habe oder was so haben wir irgendwas für hier haben wir ein bisschen blei riesen nah benutzen benutzen dann ist schon mal draußen oh licence ok da ist kommen vornerein wie immer Das sind die DRIs.